aber auf distanz ist die waffe glaube ich nichts brauchst doch schon ein paar hits damit die umfallen obwohl die 136 macht auf 250 meter naja wird ja zwei treffer klar brauchst zwei treffer wegen 14 hp musste halt noch mal eine kugel verschwenden weil es ist okay es ist gut gemacht haben sie gut jetzt abstechen na dann stich erstmal schön daneben noch mal daneben noch mal scheiße komplett daneben brauchst du hilfe lass uns hinten rein da vorne sind raten da vorne wird geschossen ich kann schon wieder nicht markieren jetzt auch was ist denn das das mausrad hier noch mal lässt sich nicht richtig drücken aber zeit für eine neue maus muss noch eine weile halten was aber willst du hin ach so nicht zu den schüssen ja da vorne das wort c und a würde ich sagen oder hemlock auch da steht ein ende leider miss ist ja oder die typen netter boss hat die rot geblinkt das ist immer raus komm jetzt das doof ist doch dass es gehört haben das doof ist aber mein freund das hat mich immer noch ja ich auch doch der boss stammt ist ja du geschossen das hat sich jetzt nach einer schrub schieben das hat sich das war ich aber drüben im gebäude das bloß auf vielleicht haben die irgendwo fallen draufgestellt ach du bist schon oben cool ja da eine station alles wieder reingegangen ist es wieder da der reingegang geht gerade eine leiter hoch der eine ist bei mir oben drin ist da einer rüber gegangen ins andere gebäude da läuft auf dem dach da oben rum glaube ich den habe ich der andere ist draußen den habe ich sehr schön ich nehme gleich mal munition mit kannst du mal hier die tür aufmachen irgendwo mach vorne ich komme rum mach vorne die auf ich bin tot aber scheiße ach fickt die hände man ich war fast in sicherheit gewesen pass auf heile dich heile dich heile dich die werden mal meine knoche wegnehmen oder fackeln mich an irgendwas du kannst da hinten raus zur tür und da ist meine leiche gleich doch nicht da nicht da die können ja da nicht rein nur oben also Das ist die Idee, warum? Okay. Da wird die Leiter bestimmt durch. Hey, das war doch ein Headshot. Jetzt? Du bist dein Partner. Na gut, vier Jäger habe ich noch. Drei Jägers, im Schnitt haben wir eigentlich immer drei Jäger. Ist doch nicht schlecht. Du bist dein Partner. 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 Du bist dein Partner.